Ex-Sportmomente, die physikalisch möglich sein sollten, Part 14. Heute eine sehr underrated Sportart, das Kiten. Dort gibt es einen besonders spektakulären Trick, nämlich den Megaloop. Dabei springt man in die Luft und lässt den Kite einmal vor sich im Wind rotieren. Das Ganze ist schon unglaublich sketchy, aber Lorenzo Casati hat die Kite-Welt geschockt, indem er einen Triple Megaloop gelandet hat. Wenn dabei nicht wirklich alles stimmt, ist es so, als würde man quasi von einer Klippe fallen. Der Kite hält einen dann nämlich überhaupt nicht auf.